Für manche ein lebenswichtiger Eingriff, für Dr. Sören Schenk schon Alltag. Er ist Oberarzt der Herzchirurgie im Sahner Herzzentrum Cottbus. Hauptsächlich kommen Patienten mit Vorhofflimmern zu ihm. Nach Angaben der Deutschen Herzstiftung leiden allein in Deutschland 1,8 Millionen Menschen daran. Vorhofflimmern ist die häufigste Herzrhythmusstörung und hat mehrere unerwünschte Nebenwirkungen. Zum einen, das Vorhofflimmern führt dazu, dass dieser Vorhof nicht mehr aktiv die Herzkammer füllt, was dazu führt, dass die Herzkammer nicht mehr ausreichend Blut pumpen kann und eine Herzschwäche einsetzen kann. Zum zweiten kann es sein, dass das Blut nicht mehr laminar im Vorhof fließt, sich ein Blutgerinnsel bildet, dieses fortgespült wird und mitunter einen Schlagabfall verursachen kann. Dann kann eine sogenannte chirurgische Ablation helfen. Das heißt, Dr. Schenk und das Team veröden die Hinterwand des linken Vorhofs und isolieren die Lungenvenen. Durch das vernarbte Gewebe können dann keine falschen elektrischen Impulse mehr zum Herzen geleitet werden. Und das alles mit nur drei kleinen Zugängen an der Seite und direkt am schlagenden Herzen. Verödet wird entweder durch Kälte oder durch Radiofrequenz. Und im Sahna Herzzentrum Cottbus wird sogar beides gleichzeitig angewandt. Wir haben festgestellt, dass wenn man Radiofrequenz mit einer Kälteapplikation verbindet, die Qualität der Linien, sprich die Häufigkeit von Lücken oder von einer Nichtdurchdringung aller Wandschichten damit kleiner wird, die Qualität der Linien steigt, wenn man beide Energiequellen verbinden kann. Was am Modell relativ einfach aussieht, ist natürlich ein hochkomplexes Verfahren. Das Sahna Herzzentrum in Cottbus ist eine von nur drei Kliniken in ganz Deutschland, die die thorakoskopische und Convergent Applation gleichzeitig durchführt. Dabei ist sie zu 85 bis 90 Prozent erfolgsversprechend. Deswegen sei die Methode im eigenen Haus auch so wichtig. Nun gibt es ja an vielen Kliniken Katheterapplationsmöglichkeiten. Das reicht aber in vielen Fällen nicht. Der Erfolg dieser Methode liegt gerade mal bei 40 bis 50 Prozent Konversion, also Generierung des normalen Sinusrhythmus. Und viele Patienten werden rückfällig und leiden nach wie vor an dem Vorflimmer mit all den bekannten Gefahren. Und aus diesem Grunde haben wir gesagt, wir müssen weitergehen. Der Cut-off hin zu invasiveren Verfahren, die mehr versprechen von der Methodik her schon, der ist größer geworden und deswegen widmen wir uns diesen invasiven Verfahren. Einer, der dieses Verfahren schon hinter sich hat, ist Gerd Triebe. Der 63-Jährige hat Anfang letzten Jahres einen Schlaganfall erlitten. Erst dadurch wurde bei ihm Vorhofflimmern diagnostiziert. Wie viele Patienten hat er Symptome wie Luftnot oder Herzstolpern als Stressanzeichen abgetan, obwohl schon die alltäglichsten Sachen schwierig geworden sind. Vor dem Schlaganfall, so kann ich das vielleicht auch im Nachgang resümieren, war es so, dass ich schon schwäche Anfälle registriert habe. Also dass die Belastung auch bis hin zum Treppensteigen schon problematisch geworden ist. Also Lüftnot teilweise vorhanden war. Gerd Triebe hat zusätzlich ein Aneurysma im Kopf. Die Blutverdünner, die nach dem Schlaganfall verordnet wurden, sind da kontraproduktiv und könnten mit der herkömmlichen Katheterablation nicht abgesetzt werden. Deswegen musste im letzten Mai der chirurgische Eingriff her. Und bis jetzt hat es sich für ihn gelohnt. Ich gehe davon aus, dass auch im Zuge der weiteren Betreuung und der weiteren Maßnahmen ich zumindest dann auch langfristig von der Medikation her ein Stück weit besser eingestellt werden kann. Also insbesondere der Blutverdünner reduziert werden kann. Und das ist für mich eben auch Lebensqualität, die damit im Zusammenhang steht. Jetzt ist Gerd Triebe nochmal zur Nachuntersuchung hier. Patienten können nämlich, wenn alles gut verläuft, fünf bis sieben Tage nach der Operation schon wieder nach Hause. Natürlich trotzdem unter ständiger Kontrolle eines Kardiologen, aber mit gesundem Herzschlag.